Hey Leute, hier ist Ansu. Da ich in letzter Zeit sehr viele Fragen von euch in den Kommentaren und auf Twitter bekommen habe, habe ich gedacht, wir machen mal ein kleines Q&A. Und zwar könnt ihr mir bis nächste Woche Sonntag, dem 27. November, hier in den Kommentaren oder auf Twitter mit dem Hashtag FragAnsu, all eure Fragen stellen, die ihr zum Thema Japan und meinem Leben hier habt. Ich werde dann die interessantesten Fragen raussuchen und dazu ein kleines Video drehen, was dann so Anfang Dezember rauskommen wird. Und ich freue mich auf eure Fragen und bin gespannt, was dabei rumkommen wird. Yay! Ich habe es geschafft, das alles in einem Mondschot zu machen. Yay!